Wir haben uns im Platz mit René gemacht, aber ich glaube, da ist noch ein Meeting und da ist aber der Michele. Hoi, Michele. Hoi, Chiara. Du, René ist ja schon unterwegs? Der René ist noch in einem Meeting. Okay, aber dann können wir ja zwei schon mal anfangen mit der Store Tour. Sehr, sehr gerne. Super. Wie lange schaffst du schon hier in der Deli? Ich habe vor drei Jahren hier in der Delikatesse angefangen. Und wo warst du vorher? Vorher habe ich in der Via-Abteilung gearbeitet und an der Bar. Ah, mega cool. Kannst du ein Stückchen Parmesan probieren, bitte? Danke viel, vielmals. Und was geniessest du am meisten an deinem Job? Ich darf Leute begeistern. Hoi, Maria. Trüffel oder Salzchips? Trüffel. Lieber Peperoni oder Melanzane? Melanzane. Bist du eher ein Croissant oder ein Crossfit-Mensch? Croissant. Bist du eher ein Aperon oder Dessert-Mensch? Aperon. Und was ist dein absoluter Traum-Aperon? Einen guten Prosecco und ein schönes Blättchen Käse. Und hast du lieber Roten oder Weisswein? Rotwein. Faux? Italien. Hast du auch noch eine Lieblingsweissorte? Cabernet Franc. Oh, sehr fein. Hast du lieber Gadokar zu den Geschenkern? Geschenksführer. Hast du auch noch einen Lieblingsgeschenkkorb? Den, den man sich selbst zusammenstellen tut. Oh, ich habe gar nicht gewusst, dass man das kann. Oh, selbstverständlich. Mega cool. Hi René. Hoi Michele. Wie geht's? Gut, danke vielmals. Hoi Chiara. Darf ich euch mitnehmen? Ich gehe mit ins Home & Lifestyle. Das klingt nach einem Plan, gehen wir? Komm mit. Tschüss Michele. Tschüss. So, willkommen Chiara in meiner Lieblingsabteilung Home & Lifestyle. Oh, das ist selbst dann meine Lieblingsabteilung. Hoi Chiara. Chiara, das wäre doch etwas für bei dir zu Hause in der Stube. Ich wünschte, aber ich glaube, das muss noch ein bisschen warten. Was hast du denn als letztes gekauft? Als letztes habe ich in dieser Wärme ein ganzes kühles Duvet gekauft mit Wild-Cedadine. Und dann lieber Ottolenghi oder Gaminada? Oh, Ottolenghi. Und dann, was war deine Lieblings-Werbekampagne, die wir je gemacht haben? Die war eindeutig, die letzte Weihnachten. Fantastic. Die war wunderschön, wie sie heisst. Fantastisch. Wenn wir bei Weihnachten sind, Last Christmas oder All I Want For Christmas? Das ist mir zu früh mit den Titeln. Und wenn du einen Titelsong für Globus aussuchen könntest, was wäre es? Da habe ich eine Antwort. Coldplay, Paradise, weil ich letzte Woche am Konzert war. Und wie entspannst du dich nach einem Arbeitstag am liebsten? Ich entspanne mich mit Joggen. Am liebsten mit dem Hund. Ach jö, hast du ein Foto? Ich denke, ich kann euch schnell eines zeigen. So süss, wie heisst er? Hallo. Ach, dann würde man am liebsten zu seinem eigenen Hund heim. Hey, und dann habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage, die ich dich gerne fragen würde. Und zwar, was macht dich persönlich gerade happy hier? Mich macht happy, wenn wir möglichst viele Gäste, viele Kunden bei unserem Platz sind und begrüssen. Das hast du sehr schön gesagt. Hey, dann danke ich dir vielmals, dass du mir dir Zeit genommen hast. Und dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag. Dir auch, danke. Tschüss, Freunde. Ciao. Ciao.